Gegründet wurde die Weltbank, wie ihre Schwesterorganisation, der internationale Währungsfonds IWF, unter dem Dach der UNO im Jahr 1944, für die Welt nach dem absehbaren Ende des Zweiten Weltkriegs. Zu Grundpfeilern der künftigen globalen Finanzordnung sollten beide Organisationen werden, der IWF zum Hüter stabiler Währungen, die Weltbank zur Förderin des Wiederaufbaus in Europa durch Kredite. Als der beendet ist, verändert sich auch die Hauptaufgabe der Weltbank. Dem Kampf gegen die Armut in den Entwicklungsländern soll sie sich seit den 1960er Jahren widmen, das heißt mit ihren Krediten nach Naturkatastrophen helfen, die Schulbildung fördern, die medizinische Versorgung und natürlich die Wirtschaft. Letzteres tue sie nicht uneigennützig, behaupten ihre Kritiker, sondern im Sinne der reichen westlichen Länder, die im Weltbankdirektorium das Sagen haben. Geld gebe es nämlich nur für die Staaten, die als Gegenleistung ihre Märkte öffnen und ihre eigenen Rohstoffe günstig exportieren. Eine Bank für die Globalisierung also und nicht für die ganze Welt.